Hallo und willkommen zurück meine Freunde zu Naval Action. Wir befinden uns immer noch in der Mission, wo jetzt die kleine Renommee mittelschwer nervt. Das muss mal geändert werden. Und das greifen wir jetzt, oder das nehmen wir jetzt in Angriff. So und jetzt mein Freund, bekommst du eine Breitseite, die sich gewaschen hat. Sehr schön. So wie sieht denn da hinten deine Dings aus? Deine Surprise? Die ist ja schon fast weg. Ich brauche nicht mehr viel. Ja, man sieht natürlich jetzt hier wieder von dem ganzen Nebelgedön so nix mehr. Aber jetzt nervt die Renommee wieder. Extremst sogar. Surprise versucht wieder ranzukommen. Ja, ich gehe auf die Surprise. Beziehungsweise ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil mein Wind steht scheiße. Ah, da geht die echt ernsthaft jetzt. Ach, ist da nicht wahr, oder? Zack, zack. Und wieder Treffer, schöne Treffer. Dreht euch. Sehr schön und da auch wieder ein paar Treffer dabei. Aber ich stehe gerade wieder. Warum stehe ich immer, obwohl ich Gas gebe? Das verstehe ich nicht. So, pass auf, die Dings, ne? Ja, die hole ich mir jetzt. Die macht aber jetzt richtig Kehrtmarsch auf dich da, wa? Da haben wir so der Tech nochmal weggefeuert. Ja, die müsste jetzt aber auch sinken. Ja, also normalerweise müsste die jetzt weg sein, ne? Dann gehe ich direkt auf die Renommee wieder drauf. Beziehungsweise Sehr schön. Zack, zack, zack. So, also diese eine Seite ist jetzt komplett blank. Aber dafür fährt sie noch gut, ne? Die Surprise. Die Fahne, wenn du nix mehr hast. Also ich bin nur noch am Dauerpumpen, wenn ich sowas hab. Ja. Ah, jetzt wird er langsamer. Ich glaub jetzt, man, er will schießen auf mich wieder. Ich komm an die Renommee nicht dran. Die wollen alle auf dich, irgendswie. Was hast du heute gegessen? Hast du einen Topf mit an Bord? Das riechen ja die meisten immer. Zack, so. Und hier den nochmal. Und jetzt nochmal einen in die Segel. Ja, die Renommee ist natürlich jetzt viel schneller als wir, ne? Also, man fährt ja eigentlich nur noch hinterher, sozusagen, ne? Ich muss mal auf Survivalung. Ich hab schon sechs Löcher. Ja, dreh doch mal zu mir ab in meine Richtung, dass die wieder zu mir kommen. Ja, mach ich jetzt. Ich mach jetzt eine Breitseite noch und dann... Ah, die eine ist schon weg. Die Surprise ist weg. Wunderbar. Dann dreh ich direkt. Ah, sehr schön. Einfach jetzt zu mir kommen. Hm, reich. Ich versuch dir mal vorne den Bugsbreed abzufahren. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob mir das gelingt. Allerdings, äh... Ah, bin ich da guter Hoffnung. Wobei, die ist ziemlich wendig. Ah. Stehst du gerade voll im Wind, ne? Hm. Die aber auch. Ah, du wirst wieder mehr EP haben, weil ich einfach nur wieder hinterherfahren bin, doch. So, ich kreuze jetzt deinen Weg. Mhm. Aber noch eine Salbewürste von der kassieren müssen. Ja, das ist kein Problem. Das hält mein Schiffchen aus. Okay. Ja, der trifft auch nicht mehr so, wie der will. Jetzt hat er seinen M-Bot wieder angemacht. Guck mal, jeder einzelne Schuss und dann trifft der wieder. Unglaublich. Guck mal, ich bin schon zwischen dir und der trifft immer noch dich. Hm. Nein, da kommt wieder eine Welle. Schwertverrückt. Ah, jetzt geht der übrigens auf mich. Guck mal, wie viel. Jetzt musst du da auch ein paar Löcher kriegen. Das kann ja nicht anders sein. Ja, die NPCs, die können die wahrscheinlich instant flicken, ohne irgendwie was. Ich bleib jetzt auf jeden Fall schön neben dem. Aber der schießt mich jetzt richtig runter. Guck mal, wie viel Schaden ich krieg von dem. Unglaublich. Aber der hat jetzt seine Seite auch weg jetzt. Komm, wieder ran. Das ist schön, dass wir die Seite wechseln. Da bin ich nämlich geladen, mein Freund. Sehr schön. Sehr schöne Treffer. Also die Seite ist weg. Ruder von dem Blatt. Alles platt. Wunderbar. Sehr schöne Breitseite. So, dann dreh ich mich nochmal schnell. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, dem noch eine mitzugeben. Aber zwei so kleine Schiffchen, was die uns jetzt hier mal läster gemacht haben. Ja, klein. Das ist so Price. Und die Renommee ist halt sehr wendig. Das ist der Vorteil. Hier krieg ich die natürlich jetzt nur auf die scheiß Seite, ne? Und NPCs treffen ja sowieso immer. Ja, immer. Egal wo du bist, aus welcher Lage. Auf Entfernung, ja. Welcher Winkel. Treffen schon sehr gut. M-Bot Inc. oder so. Ja, dann versenken wir jetzt mal hier schnell noch unseren Kahn. Und dann sollte die Folge auch schon wieder zu Ende sein. Ich komm nie hinterher immer. Der ist immer so weit weg von mir. Aber du hast gut kassiert. Ich hab gut kassiert. Also Reparaturkosten, die sind hier echt extrem in dem Spiel, ne? Was geht? Wenn du überlegst, was du einnimmst. Dreh dich rum. Der säuft jetzt ab. Der boss sich. Na, eine Breitseite kriegt der jetzt. Nein, jetzt hat man verzogen. Weil wir das Segel noch gesetzt hatten. Na, toll. Und wir stehen jetzt voll im Wind. Ja, dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Nutzt uns ja alles nichts. Halt, falsche Gestung. Segel setzen. Das wäre natürlich jetzt tödlich, wenn der... Du willst ja die Punkte da holen. So sieht das da aus. Nein, ich wollte eigentlich auf die... Auf die gute Seite noch. Aber der lässt mich nicht. Das ist halt die kaputte Seite, die der uns zeigt. So, und jetzt sollte das aber das Finale sein. Auf jeden Fall, ja. Immer noch nicht. Ich habe schon wieder... Was ist denn los mit mir? Der liegt einfach so tief. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Der ist schon gut voll gelaufen. Und was das Ding an Abprallern erzeugt. Unglaublich. Schon wieder einer. Und wieder einer. Also von Tal brauchst du gar nicht auf den drauf schießen. Denn auf die Segel. Komm. Segel gibt keine Punkte, ne? Segel gibt keine Punkte, ne? Nee, das brauchst du nicht machen. Ja, aber ich stehe ja frontal auf den drauf. Mit Grapes kannst du auf die... Die Seite, wo die kaputt ist. Dann ziehst du dem die Leute ab noch. Aus dieser Entfernung hier? Nee, da musst du schon neben die Rad fahren. Ja, ja. Komm, ich will nur eine Breitseite abgeben. Ich bin auch nochmal dran. Hallo? Ich hatte nur Abpraller hier oben. Er scheint aber immer noch nicht zu sinken, ne? Also unglaublich, wie viel der aushält. Also die Pumpen, die der drin hat, die hätte ich gerne auch drin. So, sehr schön. Jetzt dürfte der aber... Guck mal, wie tief der liegt. Ich treffe den schon gar nicht mehr. Ja, der ist jetzt jede Sekunde weg. Oder darf ich auch nochmal? Das wäre ja jetzt noch, ne? Wenn du jetzt auch nochmal darfst, ne? Oh Mann, also kannst du jetzt hier stehen bleiben. Einfach alles hochziehen hier schön. Du darfst auch nochmal. Ich werde verrückt. Na toll, jetzt ist er weg. Das war's. So, dann gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Ich habe bekommen, die Arschkarte. 8.688 Gold und 308 dp habe ich bekommen. Du hast 5... Nee, ich habe auch 308 dp. Ja, ist doch gut. Waren wir beide gleich schlecht. Ja gut, meine Freunde. Dann war es das für diese Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und bye bye. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020